Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Joshua Wesely und wir reden heute über das Alte Testament und versuchen das in vier Minuten zusammenzufassen. Fangen wir an. Wie du weißt, gibt es ein Altes Testament und ein Neues Testament. Das Alte Testament ist in fünf Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt ist Genesis und Deuteronomium, also die ganz alten Bücher. Der zweite Abschnitt sind die historischen Bücher, Joshua und Esther. Danach kommen die poetischen Bücher, Hiob und das Lied von Salomo, die Lieder von Salomo. Dann kommen die Großpropheten Jesaja und Daniel und dann die kleinen Propheten Hosea und Malachi. Das Alte Testament wurde etwa von 1400 vor Christus bis etwa 400 vor Christus geschrieben. Das Alte Testament wurde hauptsächlich auf Hebräisch geschrieben mit ein paar kleinen Abschnitten und die wurden in Aramäisch geschrieben. Im wesentlichen Teil wurde das Alte Testament aber in Hebräisch geschrieben. Also wenn du Hebräisch kannst, dann lese es doch in Hebräisch. Das Alte Testament beschäftigt sich mit Gott, kann man ganz einfach so sagen. Denn im Alten Testament geht es um die Beziehung zwischen Gott und der Nation Israel. Was super spannend ist. Oft kannst du dich, wenn es um das Gespräch zwischen Gott und Israel geht und Gott Israel anredet, kannst du deinen Namen für Israel einsetzen und dann passt das Ganze auch für dich. Kleiner Side-Fact. Die historischen Bücher, wie wir wissen, dokumentieren die Geschichte von Israel, seine Siege, Erfolge, aber auch Niederlagen und Misserfolge. Die poetischen Bücher geben uns einen intimen Blick auf Gottes Beziehung zu Israel und seine Leidenschaft für Israel. Die prophetischen Bücher sind Gottes Ruf an Israel, von seinem Götzendienst und seiner Untreue Buße zu tun und zu einer gehorsamen Beziehung zu Gott zurückzukommen. Vielleicht wäre ein besserer Titel für das Alte Testament das Wort Erstes Testament. Denn das Wort Alt neigt dazu, dass wir denken, es ist veraltet oder nicht mehr relevant. Und das könnte nicht weiter von der Wahrheit wegliegen. Kommen wir zur alttestamentischen Theologie. Die alttestamentliche Theologie ist wichtig für uns als Christen, weil wir darin lernen, was Gott im Alten Testament von sich und seinem Charakter preisgibt. Das Alte Testament konzentriert sich nämlich in erster Linie, wie wir wissen, auf die Beziehung zwischen Israel und Gott. Eine Sache zum Beispiel, in der Bibel steht 1. Moses 12, 3, durch seine Beziehung zu den Juden segnete Gott die ganze Welt. Im Herzen des Alten Testaments ist die Idee eines Bundes zwischen Gott und den Menschen. Der erste Bund wurde mit Adam und ein anderer mit Noah, ein wieder anderer mit Abraham und dann der Nation Israel durch David geschlossen. Die alttestamentliche Theologie ist grundlegend für das Verständnis von Gott und seinen Zielen in dieser Welt. Die Samen der Lehre von Versöhnung, Erlösung, Heiligkeit, Barmherzigkeit, dem Gericht und Vergebung finden wir im Alten Testament. Und genau deswegen solltest du das Alte Testament lesen. Vielleicht denkst du dir, okay, das Alte Testament, da geht es nur um Geschichten und so ein bisschen was um Gott. Ich lese lieber das Neue Testament, weil da sagt Jesus ganz konkrete Sachen zu mir. Aber das ist falsch, denn unser ganzer christlicher Glauben beruht auf dem Ersten Testament und das ist nicht veraltet. Kurz gesagt könntest du sagen, im Neuen Testament lernen wir über Jesus und im Alten Testament lernen wir über Gott. Und deswegen sind beide Testamente so fundamental wichtig für uns als Christen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du darfst uns gerne abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Und du darfst sogar noch ein weiteres Video von uns schauen. Gratis sozusagen. Gratis sozusagen.